Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe der KSV News im Schuljahr 2016-17. In diesem Beitrag fokussieren wir uns auf das Thema Sunnafé. Wir waren für euch den ganzen Abend lang am Filmen, inklusive dem Baunahmittag, und haben alle Highlights festgehalten. Jetzt hoffen wir natürlich, dass dieser Beitrag ganz viele coole Erinnerungen an euch weckt und ihr nochmal in diesen gelungenen Festabend eintauchen könnt und die Stimmung geniessen könnt. Wir wünschen euch ganz viel Spass und vielleicht entdeckt ihr euch ja noch in der einen oder anderen Szene. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, ich befinde mich gerade am Sunnafé Baunahmittag, wo alle Lehrer und Schüler in Distendam vorbereitet sind. Ich habe ein paar Fangfragen vorbereitet, um zu schauen, was sie überhaupt bis jetzt über das Sunnafé wissen. Weisst du, wie lange es Sunnafé schon geht? Äh, nein. Aber ich schätze schon sehr, sehr lange. Was denkst du zu jemandem? Kannst du irgendeine Zahl sagen? 15 Jahre vielleicht. Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht der Lehrer, der am längsten schon an der KSW ist. Das ist jetzt mein drittes Jahr. Es ist im 1976 gegründet worden. Also, ich denke, am Anfang haben sie das ganze Jahr Sunnafé gemacht und gefeiert und irgendwann haben sie gefunden, ja, wir müssen das ein bisschen ändern. Nein, ich sage mal so, ich schätze so 10, 15 Jahre. So 20 Jahre. Was denkst du? Viel zu lang. Ähm, nein. Ich sage 24 Jahre. Was denkst du? Ja, 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 25 und halb. Vielleicht 100 Jahre. Nein, gut, doch. Könnte ja sein. 100. 60. 15 Jahre. Ich schätze jetzt sicher schon 6, 7 Jahre. Mhm, was denkst du? Ich hätte mehr gesagt, irgendwie so 12, 15. Also ich muss Ihnen sagen, leider, ein Sunnafé gibt es schon seit über 60 Jahren. Hält er als KSW? Ja, ach so, das weiß ich nicht. Ja, ich schreibe mich. Brillant, dass unsere Väter sich schon an diesem Fest haben bereichern können. Das ist wirklich mega lang. Krass, hätte ich nicht gedacht. Bonjour, Sunnafé 2016. Woo! Wie ist die Uhr? Ja. Du bist unsere Väter passiert. Ja, und lass mich auch an diesem Fest. Gib mir meinem Park. Bis zum nächsten Mal. shirt. Tschüss. Tschüss. atorn. Baby Khund. Pi che Sic. Bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir natürlich in der dritten Mal überlegt, was wir erreicht haben, wenn wir in der vierten sind. Da haben wir eine ganze Liste gemacht und wir wollen mindestens einmal in die KSV News kommen. So weit, Leute! Zum Schluss werden wir euch noch über die wichtigsten Ereignisse aus den nächsten zwei Wochen informieren. Wir empfehlen euch, die Daten in eurem Agenda zu schreiben. Also, vergesst nicht, am 2. September ist der Abgabetermin der anmeldenden Matura-Arbeitpräsentationen 2016. Am gleichen Tag ist noch das Orchesterkonzert. Am 7. September ist die Delegiertenversammlung der Schülerorganisation SO. Am 8. September ist der Abgabetermin der Stipendien. Am gleichen Tag ist noch der Studieninformationstag der ETH Uni Zürich. Und später ist noch der Infoanlass der Leiterkurs Jugend und Sport. Am 8. September ist der Abgabetermin der Stipendien.